Hallo und herzlich willkommen bei diebaumberge.de, ihrem Online-Treffpunkt für die Baumberge. Mein Name ist Gerry Wolles und ich stehe heute hier am Harvestbecker Torbogen. Und wir möchten Ihnen einen kleinen Eindruck über den Adventsmarkt von Harvestbeck geben. Wir sind in Harvestbeck, und wir haben einen sehr schönen Markt. Der Markt fing pünktlich um 14 Uhr an, 15 Uhr fing der Schnee an und man kann sagen, ab 14 Uhr waren auch die ersten Gäste da. Der Grünkohl wurde sehr gut angenommen, Bratkartoffeln mit Spiegelei, hakt noch etwas nach, aber das kommt gegen den Armen meistens. Wir sind bis jetzt zufrieden. Ist doch alles wunderbar. Glühwein ist warm. Und schmeckt auch. Und schmeckt auch. Frau Feldmann, die maßgeblich daran beteiligt war, diesen tollen Adventsmarkt zu gestalten und zu fördern. Frau Feldmann, wie sind Sie denn zufrieden mit der ganzen Sache hier? Sehr, sehr. Das Wetter spielt mit, es schneit, es ist wunderbar, weihnachtliche Stimmung. Und die Besucher sind auch gut zufrieden und haben auch festgestellt, dass sich doch etwas verändert hat. Werden Sie auch im nächsten Jahr wieder das Ganze hier organisieren? Ich denke schon. Ich denke schon. Die Platzhirsche sind auch im Herzen Platzhirsch. Und wir machen es bestimmt noch mal. Das vierte Mal sind wir jetzt dabei. Und fünfmal wird es auf jeden Fall. Ja, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg hier auf dem Adventsmarkt und wünsche Ihnen viele, viele Besucher. Dankeschön. Ja, ich stehe hier. Lieber Herrn Becker. Er ist die musikalische Leitung der Musikschule Harvestbeck. Und vielen Dank für die schöne Musik hier auf dem Adventsmarkt in Harvestbeck. Sie unterstützen den Adventsmarkt ja großartig mit verschiedenen musikalischen Veranstaltungen. Sie hören jetzt das Saxophonensemble Saxonata. Und heute Abend spielen noch verschiedene Blechbläser-Ensembles. Es gibt ein Turmbläser-Ensemble, das spielt vom Kirchturm. Und es gibt ein großes Ensemble, das heute Abend noch eine Abendserenade spielen wird. Das ist schon abgetreten. Untertitelung vom Kirchturm Untertitelung des ZDF, 2020